Die Wodka haben sie, frisch gebraut, von Jawas aus dem Minderland. Ja, ich mach lieber kurz die Wodka. Hey, aber Achtung, das Zeug ist wirklich brutal. Was macht das denn? Hallo? Was schuldet ihr ihnen wer da hin? Drei Quelle. Oh. Die Runde geht an die ganze Runde hier drinnen. Es gibt für euch alle Wookie-Hack-Dorf, frisch von den Jawas aus dem Hintergrund zu bekommen. Ups. Verdammt. Bündelt eure Macht und konzentriert sie auf das Holocon hier in der Mitte. Wer ruft mich hierher? Die Levi. Auf was für ein Wissen seid ihr hinaus? Ein Jedi-Ritter. Luke Skywalker. Hm, der Name sagt mir was. Sein Vater ist vor kurzem in der dunklen Seite verfallen. Was genau möchtet ihr wissen? Er ist verschollen. Was genau möchtet ihr wissen? Er möchte ihn wiederfinden. Er möchte ihn wiederfinden. Ich denke das war. Der Vater, wann erheben wir noch was sagen? Er hebt deine Hand? Nein, egal. Gut. Ich finde wieder. Vielen Dank. Was ist denn hier für eine Party? Wow. Seid gegrüßt. Der Vater, ihr habt kein Weg hier zu sein. Verlass diesen Ort. Ich wollte aber meine Schnecke-Partner mit Dalla besuchen. What? What the fuck? Sieh es dir an, wie dein ehemaliger Kamerad stirbt und schwächer wächert. Ich will ihn umbringen, lass mich ihn umbringen. Machen wir ihn los und geben ihn wirklich schwächer. Why you bullying me? Ja. Jetzt töte ihn. Töte deinen Kameraden. Ihr Bruder oder wen. Schahper? Guten Tag, Ger surprisingly. Guten Tag. Ich denke, euch wurde schon mitgeteilt, dass, naja, es gab ein paar Komplikationen. Der Großmeister ist seit längerer Zeit auf einer Ausmission und auch der Meister des Gesamtenweges, Meister Lewis, ist jetzt für einige Tage, wenn auch Monate, auf einem Auftrag, weshalb es etwas an einer Führungsebene mangelt. Deshalb haben die Jedi-Meister und auch andere hohe Personen des Senates beschlossen, mich als Master of the Order einzusetzen und euch weiterhin zu unterstützen. Ich würde sie wiederzusehen in nächstem Minute. Gleichfalls. Ich denke, alle können dann wieder ihren normalen Aufgaben nachgehen und diese Versammlung hier verlassen. Möge die Macht mit der Scheibe sein.